Ich kann jedem empfehlen hier hin zu kommen. Also hier ist eine Stimmung als wenn man zuhause ist. Ich fühle mich also richtig sehr wohl hier. Als wenn das mein Zuhause ist. Und mit dem Ergebnis bin ich einfach zufrieden. Ich kann wieder lachen, ich kann mit meinen Freunden mal wieder essen gehen, weil ich sonst nicht konnte, wo ich zuhause gesessen habe, weil ich meine Zähne verloren habe. Aber das Gefühl jetzt im Mund ist unsagbar. Die Ambiente hier ist einfach hervorragend. Also vor der Klinik her so was Schönes, Saures habe ich nie gesehen.